Der IT-Bereich wächst von Jahr zu Jahr stärker an. Die IT-Branche ist somit ein zukunftssicherer Arbeitsplatz. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in die Branche der Zukunft einzusteigen. Eine davon ist die IT-Lehre. Ich glaube, die IT-Lehre hat insbesondere gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Branche, weil die Branche wächst sehr stark. Es gibt relativ gute Gehaltsmöglichkeiten und dementsprechend eine schöne rosige Zukunft. Seit September 2018 gibt es auch drei neue IT-Lehrberufe. Der erste ist Programmieren. Ich glaube, da kann man sich ganz gut viel vorstellen. Der zweite ist Betriebstechnik. Das ist insbesondere bei größeren Firmen, Industrieanlagen und dort sozusagen auch IT-Technik, die für die Produktion notwendig ist. Und der dritte Punkt ist Systemadministration. Es wird immer breiter, dadurch, dass die Branche wächst. Das bedeutet, es gibt jetzt natürlich auch immer mehr Leute, die im Bereich Vertrieb arbeiten, im Bereich Marketing arbeiten. Das heißt nicht nur vor dem Computer sitzen. Weiters gibt es die Möglichkeit, eine IT-Lehre mit Matura zu machen. Dies bedeutet nicht nur eine Aufwertung der beruflichen Fachkompetenz, sondern öffnet auch Türen zu Fachhochschulen und Universitäten. Man kann in verschiedene Sparten gehen. Wenn man diese Grundausbildung schon mal hat, kann man auch weiter lernen, indem man zum Beispiel ein Studium macht. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Dennoch fehlen schon heute in Österreich rund 10.000 Fachkräfte. Deshalb versucht die für die IT zuständige Fachgruppe UBIT Wien, Teil der Wiener Wirtschaftskammer, mittels verschiedener Kampagnen junge Menschen von der IT-Branche zu überzeugen. Auch in Schulen ist man unterwegs, wie hier zum Beispiel in der EMS Neustiftgasse. Wir suchen viele Fachkräfte und daher sind wir auch sehr verstärkt daran interessiert, nicht jetzt lange Reden zu schwingen und hier zu sagen, was notwendig ist in Zukunft, sondern sehr konkrete Maßnahmen zu setzen, um in die Schulen zu gehen und Lehrlinge bewusst zu fördern, in der IT-Branche Fuß zu fassen. Ich habe viele Informationen bekommen, die ich eigentlich nicht wusste und es war eigentlich sehr hilfreich. Man konnte neue Sachen hören von ihnen, wie zum Beispiel, dass sehr wenige Frauen den Beruf machen. Aber wenn sie es machen, machen sie es besser als die Männer. Man braucht ja nicht viele Erkenntnisse, man lernt das ja mit der Zeit und man braucht keine Angst haben. Das war eigentlich das Wichtigste. Derzeit gibt es nur wenige weibliche ITler. Bei den selbstständig Tätigen sind es lediglich 11 Prozent. Eine Tatsache, die die UBIT Wien gerne ändern würde. Also wir haben einen extrem starken, männlich dominierten Part, den eigentlich die Branche und die Männer gar nicht so sehr schätzen. Es gibt sie, sie werden mehr, sie haben die gleiche Kompetenzen, sie haben die gleiche Ausbildung und ein oftmaliges Geschehe ist, dass viele Damen glauben, die Männer in dieser Branche werden das nicht schätzen und das ist meines Wissens nach, und soweit ich das kenne, genau das Gegenteil. Das ist etwas Besonderes, etwas Tolles. Also jetzt einsteigen in die Branche der Zukunft. Aktuelle Lehrstellenbörse auf wko.at slash lehrstellen